hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge des halloween specials diesmal mit realms of the haunting und zwar einem etwas älteren spiel oder zumindest einem spiel mit einer etwas älteren grafik und einem ganz älteren setting des ganzen mission zwischen point and click adventure und ego shooter oder first person spiel praktisch und ich starte einfach mal mit dem intro so 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 my father died six months ago since he and my mother divorced we had our problems i hadn't seen him as often as i meant to you know how it is you think you've got all the time in the world to sort things out there's always something else to do there's always something else to be doing you'll call him next week then the letter from the lawyers and suddenly it's all too late nothing you can do all the words you wanted to say silenced forever my father my father was the pastor at a cornish village he was well like that time for everyone except his son i can't explain it but lately i've begun to dream about a house incredibly vivid dreams i had other dreams at that time too just as real but not unpleasant quite the opposite i was certain that i'd never met her but that she really existed somewhere then the priest came to see me he was the kind of person my father always disliked and mistrusted i nearly shut the door in his face but something stopped me he said his name was elias camber apparently he and dad met at a conference a couple of years ago and kept in touch off and on by letter he told me the letters had become very agitated over the last few months father had discovered something about a strange house on the outskirts of the village something terrible then there were no more letters just a parcel a week before dad died with a covering note asking camber to make sure i got it almost all of what camber told me was a lie there's no priest of that name in cornwall i checked i ignored the whole thing for a while didn't want to think about it i suppose but the dreams have been getting worse so two days ago i opened the parcel fragments of some carved objects some of the pieces are missing i've looked in every reference book i can think of i'm none the wiser for what they might be i do know they're powerful so here i am at the house camber spoke of the house of my nightmares i feel i've been brought here by something i don't know what it is or what it wants i do you Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also praktisch, paranormale Experten wurden gerufen, um eine Kreisformation in Cornwall zu untersuchen. Typed. Also, sie leben. Wenn du in die Seele glaubst, wenn du in irgendeinen Geist glaubst, wenn du in den Geist glaubst, und wenn du einen Gott hast, betet. Tja, also es beginnt schon sehr begeisternd. Ja, danke fürs Wissen. Hier haben wir... Wir können halt auch die Kamera irgendwie nicht... Rat. No head. Boots. Bet he shops it oversize. Looks like someone's left the window open. Anscheinend. Und ja. Und da ich schon weiß, wie es weitergeht... Eins und... Und... Okay. Also visuell hat das was. Ich hab's beim ersten Mal nicht gesehen. Ich hab halt... Ich muss mich erst mal reinfinden. So, und weitere Cutschen. Und da. Und da. Musik Musik Adam, it is such a joy to see you again, my boy. I wish with all my heart that I could send you away from here. Adam, please don't turn away from me. I need your help. You must free me. I am dead. Yes, my body lies beneath the gravestone. But my soul is trapped, tormented by the darkness that inhabits this place. You are my only hope. This is my prisoner and my jailer binding me against my will to suffer the tortures of the damned. The damned is what they are. I cannot help you beyond this message. It is not just a matter of my soul's destiny. Stakes are far greater than you could possibly imagine. Dad, please. I don't understand. You must try, my boy. Find out. He is a kindred spirit and will be as a brother to you. Once a proud knight, he too is held. They returned. Adam, for the love of God, remember these words. Remember my warnings. You are the last hope. 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 Äh, Signs, Potence, ähm, Zeichen und Vorau. Jedenfalls, ähm, ja, man sieht hier ganz schön. Man sieht hier ganz schön, ähm, wow, ich will dann gucken. Man sieht hier halt ganz schön, äh, dieses klassische alte Spielprinzip mit... Das wollte ich jetzt nicht, jetzt hab ich ne Patrona verschwendet, toll. Das sieht auch grösselig aus, da draußen. Äh, mit dem ganzen, ähm, alten Cutscenes, die von irgendwelchen Schauspielern gespielt werden, und so. Also es hat halt was in sich jetzt schon. Es ist nach wie vor halt immer noch ein bisschen fummelig, leider. Nein, haben wir noch. Und, achso, ich sollte noch kurz zusammenfassen. Also, Kurzfassung, unser Vater kam gerade an, dass er praktisch halt ist, dass er praktisch tot ist und gefangen gehalten wird. Und wir müssen, wir sollen ihn halt retten und erzielen. This one's stuck fast. Und wir sollen ihn halt retten und ja. Sooo. Na? Böse. Sehr böse. Habe ich jetzt hier alles gesehen? Und schau. Okay. Na, der geht's. Stuck fast. This one's stuck fast. Sooo. Won't buzzed up fast. Äh, achso, wir haben ja noch die Notiz. Ähm, let her not... There's something written on this. Und Nachteil, äh, es ist immer so schön kleingeschrieben. Ich kehre zum Tem... Lieber Cloud, ich kehre zum Tempel zurück am vierten. Ich fürchte... Etwas ist furchtbar schiefgegangen hier. Ja, ja, Jay. Die Frage ist jetzt, wo geht das weiter? Stuck fast. Natürlich, äh, Licht ausmacht ist immer so eine Idee. Und man merkt halt, es ist eins dieser Spiele, wo man halt wissen muss, wo es längst geht. Licht an, Kerzen an, Licht an. Licht... Ähm, Glück. Das war jetzt... Ich möchte kurz ein Spiel zitieren. Äh, der ist no god hier. Also, er sagte gerade, oh god, und, ähm... Praktisch, es gibt hier kein... Ha! 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 Ähm, ja... So viel zu. Ha! 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 Was ist das? Entschuldigung. Warte geht's. Jesus, what the hell? Ähm... Man merkt halt auch schön, ich kann halt nur schießen, wenn halt irgendwas da ist, worauf ich schießen kann. Ist auf einer Seite ganz gut. Jesus, what the hell? Ja, lad, lad nicht... Schießt! Also man kann halt nicht daneben schießen. Aber es ist trotzdem nervig. Sehr nervig, kann ich das mal wieder abgeschönt. Ähm... Some strange symbol by the looks of it. Some strange symbol by the looks of it. Kann ich jetzt irgendwie... Hm... Hinterfrag ich nicht. Ich hab mal ge... Ich hab in dem Video gehört, dass das irgendwie so Magiefähigkeiten sein sollen, das hier. Aber... Und find. There's a small aperture in the middle of this door. Ich hab in dem Video gehört. Ich hab in dem Video gehört. Ich hab in dem Video gehört. Ich hab in den klassischen Spielen auch sehr viel Rätsel. Sehr viel... Oh, das ist wahrscheinlich irgendwie Heilzeug. Ähm... Eine Karte des Mausoleums. Und... Fängt schon gut an. Und die Steuerung der Karte ist auch... Seeeer... Oh. Nevermind. Sketch of a... Door. And a strange symbol. Ähm... Also eine Skitter in der Tür. Schlüssel. Das übliche... Das übliche... Feuer? 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 Anscheinend nicht. Torch. Wunder who put that there? Ähm... Oh my God. Aber er braucht halt auch echt lange zum Nachladen. What the hell? Oh nein, 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 nein. Ähm... Ich kann mich halt nicht nach unten Nett Gar nicht nett Kann ich das trinken, bitte? Nutzen Nutze es Benutzen Also man sieht halt, es ist halt Naja wenigstens haben wir jetzt eine Schrotflitter Ich würde halt gerne dieses Zeug irgendwie nutzen Ja, man merkt halt, es ist halt eins der älteren Spiele Man weiß halt nicht so ganz, was man jetzt machen soll kann Und es ist nach wie vor ein bisschen nervig Ich kann mich nicht mehr Und man merkt, dass ich genau auf den Gegner schießen muss. Mit dem Mauszeiger, das ist manchmal auch ein bisschen verrückt. Depückeln von einem Knight, mit einem Namen. Um... Ich könnte fast schon... Also bei den Räumen könnte ich echt festgeschoben werden. Boah! Ähm. Ähm. Flucht nach hinten. Ja, ja. Ähm. Ich hatte gehofft, dass wir noch irgendwo ne Cutscene finden. Was ist das? Was ist das? Nichts Gutes ist aus... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ähm. Ähm. Booking stuff. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? I'm gonna move in a hurry. Won't budge. Locked. Okay... Ah! Ähm... Hallo? Okay? Ähm, ja. Ich würde jetzt mal rein theoretisch vermuten, dass es eine Fallgrube war und wir da praktisch runterfallen sollen. Beim Runterfallen aber Schaden nehmen. Und dadurch, dass wir jetzt praktisch so gut wie kein Leben mehr hatten, denkt das Spiel, wir sind zwar unten angekommen, sagt aber gleich, wir sind tot, weil wir kein Leben mehr haben. Und dementsprechend sieht es aus, als ob sich das Spiel aufgehängt hat. Ich hoffe trotzdem, euch hat der Einblick gefallen. Wir haben halt schon zwei, wir haben das Intro gesehen, wir haben eine Cutscene gesehen. Und ich muss halt sagen, es gefällt mir recht gut. Vor allem wegen diesen ganzen, ähm, Arten, wie es gemacht ist mit den Schauspielern und alles. Und ich mag das Spiel irgendwie sogar noch ein bisschen lieber, als diese ganzen normalen Point-and-Click-Adventures mit diesen Cutscenes. Und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin.